Machen Sie Ihr Portfolio fit für die Zukunft, das ist der Titel unseres jüngsten Researchberichts, in welchem wir aufzeigen, wie Anleger Ihr Portfolio für schwierigere Zeiten vorbereiten können. Ich glaube, dass die Zeiten derzeit schwierig, ja geradezu herausfordernd sind, daran bestehen keine Zweifel und wenn wir auf die politische Landkarte schauen, der Risiken, dann dürfte sich daran so schnell auch nichts ändern. Hier sehen wir insbesondere den Handelskonflikt zwischen den USA und China, wir sehen die Wirtschaftskrise in der Türkei, wir sehen aber auch den Brexit, der in immer größeren Schritten näher rückt. In unserem Bericht gehen wir nicht nur auf die wichtigsten Risiken im aktuellen Umfeld ein, sondern wir geben ganz konkret Tipps, wie man sich auf diese Risiken vorbereiten kann, indem sich Anleger zum Beispiel die folgenden vier Kernfragen stellen. Erstens, wie viel Klumpenrisiken hat es im Portfolio? Denn je mehr Klumpenrisiko, desto mehr Anfälligkeit für das Portfolio bei einer Korrektur. Zweitens, wie reagiert Ihr Portfolio auf steigende Zinsen? Die amerikanische Notenbank macht vorwärts mit der Normalisierung ihrer Geldpolitik, deswegen eine ganz wichtige Frage. Drittens, wie ist es um die Kreditrisiken in Ihrem Portfolio bestellt? Der Handelskonflikt, der dauert an zwischen den USA und China. Hier eine wichtige Frage, wenn die Konjunkturrisiken zunehmen sollten. Und zu guter Letzt, wenn es wirklich hard-of-hard kommen sollte, wie ist es denn um die Liquidität in Ihrem Portfolio bestellt? Gerne unterstützen wir Sie dabei, Ihr Portfolio auf diese Risiken hin zu überprüfen. Darüber hinaus stehen unsere Experten auch zur Verfügung, einen wirklich detaillierten Qualitätscheck Ihrer Aktien und Anleihen im Portfolio zu unternehmen, wirklich zu schauen, wie es um die Qualität bestellt und daraus allfällige Anpassungsvorschläge abzuleiten, die für Sie passen, so damit Sie und Ihr Portfolio möglichst gut auf die Zukunft vorbereitet sind.